Was geht ab? Ich bin's wieder, euer Florian. Ich richte mein Aquarium neu ein, also wieder, das vierte Mal, ich sage schon, siebte oder siebte Mal, sieben oder viermal, oder das ist noch ein roter Stein. Fischschlaft beim Zugucken. Ich tue schon mal den Filter rein, damit ich das nachher nicht mehr machen muss, ach ja, egal, ist auch völlig kaputt, oder? Ja. Ich hole eh bald einen neuen Filter, wenn ich Geld habe. Also ich habe Geld, aber nicht, ihr wisst schon wie, glaube ich. Jetzt kommt das hier rein. Einfach das drunter, oder? Sieht cool aus. Ach, hier sind die, vor der Kamera, ey, bin ich bescheuert. Oh, bitte. Ich brauche noch mehr Sand. Ich habe fünf Kilo Sand geholt. Ich mache jetzt, ich mache einfach jetzt ganz schnell, weil ich habe nicht so viel Aufnahme, ach, Aufnahme, auf, oh, heiße Aufnahme? Ja, genau, Aufnahme-Video-Zeit. Ich habe nicht so viel, ach, scheiße. Ich muss sowieso, ja, komm. Ich mache mal für euch jetzt gerade Zeitraffer an, damit die Zeit schneller vergeht, ne? Bis gleich. So, das Aquarium ist fertig. Sieht so schön aus, ehrlich. Ehrlich gesagt, finde ich es tausendprozentig gut und schön. So sieht das mit Licht aus. 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 So sehen wir euch mal ein Boot aus. So, Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Ich würde sagen, ab den nächsten 200 Likes gibt es ein neues Video. Bis dann, tschau.